Hallo und herzlich willkommen auf eurem GIMP Tutorial Kanal. Mein Name ist Michael. Ja, oftmals wenn wir fotografiert haben, kommen nach Hause, lesen unsere Bilder auf unserem PC ein, dann finden wir das eine oder andere Foto und denken, mein Gott, schade, dass wir da keinen Bokeh-Effekt im Hintergrund haben. Und zum Glück gibt es GIMP, ja, und zwar in dem Fall hier GIMP 2.9.8. Und mit diesem Programm, natürlich unter Zuhilfenamen von GIMP, das ist, ja, das Spezielle daran, können wir einen Bokeh-Hintergrund erzeugen. Ich habe hier diese Vorlage gerichtet, die wie immer in der Beschreibung des Videos als Link zu finden ist, damit man das nachbauen kann. Natürlich kann man das mit jedem x-beliebigen Porträt auch machen oder mit Häusern oder Landschaften oder wie auch immer. Ich dupliziere die Ebene hier zweimal, schalte die untere Ebene aus, damit ich später vergleichen kann und rufe hier über Filter G-Mig auf. Und, ja, unter G-Mig finden wir unter Artistik Bokeh. Und wenn wir das öffnen hier, dann erscheint hier sofort ein, ja, Bokeh-Effekt im Hintergrund. Das ist Standard. Man sieht hier oben Number of Scales 3 und dann haben wir hier die Möglichkeit der Form und, ja, des Zufallssetzens und der Identität, beziehungsweise, man muss sagen, muss langsam sprechen, der Menge auch natürlich. Und natürlich zufallsmäßig der Farbe. Je höher man den ersten Wert stellt, desto heller wird das Ganze, ja. Das ist also zuerst zu beachten. Ich stelle hier ganz nach unten, so habe ich hier das Originalbild erhalten von den Farben her und von der Helligkeit und kann jetzt hier über diesen Random Seed, ja, zum Beispiel hier aufziehen und kann dementsprechend hier mir Formen schaffen, um das hier so einstellen zu können, wie ich das möchte. Ich nehme mal hier einen Wert von 45972 und ich finde, das sieht schon mal ganz gut aus. Und hier bei der, bei dieser Density, ja, nehme ich einen Wert von 138. Und das ist doch schon eine ganze Menge hier an Bokehs, die wir hier im Hintergrund oder beziehungsweise auf das Foto aufgebracht haben. Jetzt können wir hier entscheiden, möchten wir das in Sterneform haben, möchten wir das in dieser Form haben, in dieser Form und so weiter. Und so können wir uns dann die Farben dementsprechend auswählen, beziehungsweise die Formen, ja. Und ich werde jetzt einfach hier das so lassen, wie es ist und wie man es gewohnt ist, wie man es auch kennt. Man kann sich ja auch Bokeh-Pinsel sozusagen erzeugen. Und jetzt werde ich einfach hier auf OK gehen und werde jetzt, um den Vordergrund sozusagen wieder freizustellen, rechte Maustaste, Ebenenmaske hinzufügen. Ich nehme hier schwarzvolle Deckkraft. Und jetzt werde ich hier den Pinsel nehmen oder einen Pinsel nehmen. Muss ich natürlich hier aussuchen. Werde mal erst eine 0,75er Pinselspitze nehmen. Mach das mal ein bisschen groß hier, Vordergrundfarbe weiß. Und hole mir jetzt hier den Bokeh erst einmal so im Groben zurück, nicht? Und man sieht, schon haben wir hier einen Hintergrund, wo sich dieser Bokeh-Effekt andeutet, abzeichnet. Und wie auch immer. Ja, die Personen wollen wir natürlich nicht mit dem Bokeh-Effekt versehen. Deshalb werde ich jetzt hier erst einmal auf meiner Maske schauen. Wie sieht es denn eigentlich hier im Großen und Ganzen aus? Haben wir denn hier alles so relativ erwischt? Und jetzt können wir sagen, okay, machen wir mal auf 100%, machen unseren Pinsel kleiner und gehen mal hier erst einmal in die Nähe heran. Und werden jetzt hier erst einmal so weit es geht herangehen, ohne auf die Person jeweils zu kommen. Das ist das Wichtigste. Ansonsten können wir das ja wieder zurückholen. Wenn wir die Farben umstellen auf Schwarz hier im Vordergrund beispielsweise, dann können wir das hier natürlich wieder zurückholen, logischerweise. Und so arbeiten wir uns dann vor und ich mache jetzt das hier mal auf 200%, nehme eine 0,25er Pinselspitze, mache die noch ein bisschen kleiner hier und werde jetzt hier unten in dem Bereich einfach so nah. Ich kann hier da ran gehen und es fällt ja letztendlich nicht insbesondere im Bild auf, ob die Kante dann ganz herangefahren ist, beziehungsweise der Bokeh geht ja auch nicht immer in allen Bereichen direkt bis an die Kleidung oder an die Haare heran. Und so kann man das dann natürlich dementsprechend anpassen. Hier so ein bisschen hin, da kommt noch so ein bisschen raus hier. So, nicht. Und natürlich kann man jetzt noch auf 400% gehen, 800% und kann den natürlich noch besser anpassen, wenn man das möchte. Ich zeige das jetzt hier nur so in etwa. Vielleicht nehme ich die Haare sogar mit hier. Mal schauen. Und dementsprechend lässt sich das hier wunderbar heranholen an unseren Vordergrund hier, also unser Portrait. Ja, so vielleicht, nicht so. So, und dann gehen wir hier auch herunter und dann sind wir auch schon gleich fertig, sind wir gleich fertig hier. Und ja, so, mal lassen hier, so. Entschuldigung. Und hier noch so ein bisschen heran. Schauen wir mal hier. Da wird es noch ein bisschen mehr herangebracht auf dieser Seite. Da kann man hier auch noch so ein bisschen mehr herbeiholen. Und vielleicht nehme ich ja doch mal eine 0,75er Pinselspitze nochmal, weil die ein bisschen härter ist. Ich mache es ein bisschen kleiner hier. Gehe mal hier heran. Aber letztendlich, wie gesagt, gehen wir so nah dran, wie es eben geht. Und wo wir nicht hinwollen kommen, weil es uns zu kompliziert ist und zu komplex, lassen wir es einfach weg. So, nicht und schon sind wir hier fast fertig. Und gehen wir mal zurück auf die 0,25er Pinselspitze. Ist mir dann doch ein bisschen hart hier, das Ganze. So, und ihr seht, so kommt man viel weicher und viel besser an die Kanten dran mit einer 0,25er Pinselspitze. Und man kann ja dann später, wenn man die Kanten hier einigermaßen herausgearbeitet hat, die Pinselspitze auf härter Stellen auf 0,75 oder wie auch immer. Und jetzt passe ich das Foto wieder ins Fenster ein, über die SDRG-Taste gehalten und die Zahl 0. Und schon haben wir hier einen wunderbaren Bokeh-Effekt als Hintergrund erzeugt. Rechte Maustaste nach unten vereinen und schon wären wir fertig. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig Freude machen, wenn es Spaß gemacht hat. Baut es nach, schreibt mir doch vielleicht einen Kommentar oder einen Daumen nach oben. Das freut mich natürlich immer. Wer meine Videos teilen möchte, der tue das. Ansonsten habe ich hier, wenn man unten die Beschreibung des Videos aufklappt, noch einen kleinen Patreon-Kanal. Wer dort etwas hinterlassen möchte, der kann das gerne tun. Ansonsten wünsche ich einen wunderbaren Tag. Herzlichen Dank fürs Schauen nochmal. Ah ja, bevor ich das vergesse, das mache ich immer am Schluss. Für die neuen Menschen, die hierher gefunden haben, gleich kommt der Abspann, da kommt das Kanalsymbol. Dann kann man diesen Kanal abonnieren. Und auch das würde mich herzlich freuen oder sehr freuen. Und ihr werdet hier herzlich willkommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.